Servus liebe YouTube-Gemeinde! Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute werden wir diese Wand verkleiden. Wieder nicht heute, sondern in mehreren Teilen. Ich will hier eine Rhombus-Schallung montieren. Bei vielen Häusern sieht man das in letzter Zeit oder die letzten Jahre schon. Das ist sehr modern und eine Wand hier will ich auch so haben, weil mich einfach interessiert, wie man das genau machen kann mit den Abständen und so weiter. Auf jeden Fall habe ich mir hier eine Absaugung gekauft, also für die Bohrmaschine, also eigentlich für den Staubsauger, aber wenn ich dann mit der Bohrmaschine ein Loch hier gebohrt habe, wenn ich aufdrehe, sauge das. Man kann bohren und das wird alles abgesaugt und man hat keinen Schmutz. Normal wäre das in der Werkstatt egal, aber bei meinem Boden hier bin ich etwas empfindlich. Schade, eigentlich gar keine richtige Werkstatt. Okay, auf jeden Fall habe ich hier die 5 8er Staffel, die Kanthölzer angedübelt. Diese 10er waren schon bestehend, die hatten hier oben die Decke, also einen Balken und jetzt muss ich natürlich diese 5 x 8er Staffel ausgleichen, damit sie dieselbe Stärke haben. Jetzt habe ich hinten zwei Zentimeter beigelegt und das angeschraubt. Hier habe ich mir einen Tisch gebaut, den habe ich mir jetzt auch schon vor ein paar Monaten gebaut, mit Rollen. Da kann ich mir alles Werkzeug und alles, was ich brauche, immer mitnehmen und kann schön schrauben und habe alles unter mir. Ich muss nicht am Boden herumklettern bei mir, also es ist etwas schwer, es ist so schwer aufzustehen. Und diese Backe habe ich mir hier in eine Schachtel gegeben und da kann ich immer nehmen. Das ist ein schönes Arbeiten. Diese Waage, also ob das so jetzt nicht der Waage ist, ist relativ egal. Es ist ziemlich genau, also um zwei Millimeter vielleicht auf drei Meter. Wichtig ist mir, dass das hier eine Flucht hat und das kann ich dann halbwegs ausgleichen. Wenn noch irgendwo was nicht passt, gebe ich ein kleines Backe noch dazu. Aber allzu genau wird das nicht werden. Auf jeden Fall mache ich jetzt die Unterkonstruktion fertig. Der nächste Schritt wird werden Isolierung, Steinwolle, dann kommt eine Windfolie drauf und auf die Windfolie dann einfach diese Rombusschallungen. Dampfbremse habe ich nur bei der Decke gegeben. Hier werde ich keine Dampfbremse brauchen. Das sollte normal so auch funktionieren, ohne dass es schimmelt. Das wird nicht oft geheizt. Und ich hoffe zumindest. Falls jemand von euch mehr Ahnung hat davon, gebt mir noch Bescheid, denn diese Aktion dauert sicher einen Monat. Immer wenn ich Zeit habe, arbeite ich weiter. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Beobachten der Wand, Schallung, Montage. Also ich fühle mich, da fühle ich mich beobachtet. Ich fühle mich nicht beobachtet, aber ihr beobachtet, wie ich das... Ich sage, ich rede mich hier in irgendwas rein, wo ich nicht mehr herauskomme. Ich sage danke, seid dabei. Nein, das habe ich schon gesagt, seid dabei. Ich sage danke, viel Spaß beim Zuschauen. Euer Manuel. Ich wünsche euch heute Abend. Ich wünsche euch heute Abend.